Erzähl, Bro, was bekommst du? Taper-Feld und oben ein bisschen Struktur und Ausdämmen. Sollte Taper low, mittig oder hoch sein? Äh, low. Bist du bereit? Normal, das ist gut. Ich glaube, wir werden gefühlt gar nichts schneiden, ne? Uns ist heute irgendwas Interessantes passiert? Hab Marc Eggers ein paar Aufbauen verpasst. Was machen die Chabos? Glücklich vergeben. Hast du dir eigentlich Crispy bestellt? Ja. Welches sagst du? Matt. Und du kommst zurecht? Super. Also es ist wirklich das beste Haarwachs, was ich hab. Wenn die Maschine zu heiß ist, sag dir Scheiß. Ich komm zum Spiel zur Fechter, ey. Dann sind wir den fertig. Okay, Bro, wie viel steigen wir um? Nur ein bisschen. Passt die Länge soweit? Fast, ja. Sobald ich mit dem Finger drin bin, sagst du ein bisschen Crispy. Haben wir uns verstanden? Ja. Ein bisschen Crispy. So sehen die Haare ohne Crispy aus. Einmal kurz ran zoomen. Bist du bereit für die Crispy Experience? Zoom endlich raus. Jawohl. Schön fluffy und dexturiert. Bereit für die Stelle? Ja, gut.